Die Finanzmärkte können sich, so scheint es derzeit nicht so recht entscheiden, nachhaltig steigen oder fallen, alles scheint möglich. Ob es vielleicht trotzdem eine klare Linie gibt, darüber spreche ich jetzt mit Volker Hellmeier, dem Chef-Volkswirt der Netfond AG. Schönen guten Tag Herr Hellmeier. Hallo Herr Klarscher. Herr Hellmeier, die Märkte suchen nach Orientierung, die Anleger auch. Können Sie die uns geben? Die Orientierung geht in meinen Augen erstmal in Richtung einer Seitwärtsbewegung, weil wir zu viel Gegenwind haben. Der Gegenwind kommt einmal von der Geopolitik. Wir haben eine latente Verschärfung der geopolitischen Krisenherde, der Ukraine-Krise oder auch Gaza-Konflikt. Und da ist auch keine Veränderung erkennbar, der Weg zur Diplomatie scheint nach wie vor verbaut. Wenn wir uns das Konjunkturbild in der westlichen Welt anschauen, dann sehen wir immer mehr Fissuren. Es gab zuletzt auch den Citibank Economic Surprise Index und der ist förmlich in sich zusammengebrochen. Das heißt, die negativen Überraschungen überwiegen weit die positiven Überraschungswerte bei der Veröffentlichung von Wirtschaftsdaten. Wir hatten übrigens Freitag dann mal wieder positive Einkaufsmanager in die CSDS-Schätzung. Da liefen die USA Stella weg. Aber jetzt schauen wir Richtung Europa. Alle waren deutlich schwächer für die Eurozone, für Großbritannien, für Deutschland und teilweise prekär, wenn es um das verarbeitende Gewerbe geht. Also der Markt hat im Moment, auch weil es keine Berichtssaison gibt, die war ja durchaus positiv beim letzten Mal mit positiven Impakt für die Aktienmärkte, das ist nicht vorhanden. Von daher konsolidiert man sich weiter. Ich sehe nicht unbedingt einen Einbruch und da will ich mich gleich vorneweg festlegen, sofern es nicht exogene Belastungsfaktoren gibt, die im Moment nicht auf dem Radarschirm setzen. Warum? Weil die Positionierungsgrade an den Märkten für eine große Korrektur in meinen Augen derzeit nicht auswirken. Ich sehe eher eine Seitwärtsbewegung mit ganz leicht negativen Vorzeichen. Man verschiebt das Niveau etwas nach unten, weil immer mehr Long-Positionen abverkauft werden oder man Sicherheit geht. Man sagt, jetzt kommt die Sommerpause, wer weiß, was passiert. Urlaub will man auch machen. Das sind Gründe für mich, warum es im Moment nicht richtig nach oben ausbrechen kann, aber in der Tendenz eher weiter Gewinn mit Namen hier auf der Agenda stehen. Aber Herr Helmeier, es gibt doch gute Nachrichten, zum Beispiel vom IFO-Institut. Das Geschäftsklima in Deutschland hat sich im April verbessert und zwar zum dritten Mal in Folge. Wieso ist das denn für Sie keine gute Nachricht? Also man muss sich jetzt mal die Niveaus anschauen. Beim Klima ist es immer so, bei den sogenannten Sentiment-Indikatoren, dass sich die Menschen dann auch sehr schnell an ein neues Umfeld gewöhnen. Angenommen, die Wirtschaft geht zwei Jahre runter, dann ist nachher die Wahrnehmung der Schwäche eine unausgeprägtere. Das nennt man im Englischen Reversal, back to the mean, eine Rückkehr zu einem mittleren Wert. Also das ist ein Erklärungsansatz, warum wir in den letzten Wochen besseren DCs haben, aber der aktuelle Wert jetzt für den Monat Juni beim IFO-Index war schwächer als erwartet. Wir hatten im Vormonat 89,3, jetzt 88,6. Das passt auch zu den Einkaufsmanager-DCs, den Erstschätzungen, die am Freitag veröffentlicht worden sind. Das heißt schon auch hier eher enttäuschende Daten. Für mich sind am Ende die harten Daten wichtiger als die Sentiment-Indikatoren derzeit. Und die harten Daten, ob das Einzelhandsumsätze der Eurozone oder auch die Industrieproduktion sind, sagt uns alles, das geht nicht nach oben. Und wenn wir die Einlassung dann mal nehmen von den Wirtschaftsverbänden und korrelieren die damit, dann sind die Ampeln bei den Verbänden auf rot, weil sie mit den Unternehmen sprechen und weil sie sehen, was tatsächlich passiert. Und auch jetzt, Habecks Besuch, bringe ich dir noch ganz kurz mit rein. In China bedeutet doch nicht, dass wir eine Entspannung in der globalen Wirtschaft bekommen, sondern wir schreiben Verspannungen fort oder erhöhen Verspannungen. Und das ist alles etwas, was am Ende sich insbesondere zum Zulasten des Standortes Europa entwickelt. Warum zulasten Europas? Keine Wirtschaftsregion dieser Welt ist stärker abhängig von Importen und Exporten als die Europäische Union und insbesondere Deutschland. Und das tut uns zunächst am stärksten weh. Aber Robert Habeck hat doch auch die gute Nachricht aus China mitgebracht, dass zumindest in Sachen höherer Einfuhrzelle auf in China hergestellte Elektroautos, man sich jetzt in Verhandlungen begibt, dass man wieder miteinander redet. Das ist doch eigentlich eine gute Nachricht, oder nicht? Natürlich ist es eine gute Nachricht, aber man sollte vielleicht, bevor man solche Maßnahmen trifft, miteinander reden, als nachdem man sie verfügt. Das ist unter diplomatischen Gesichtspunkten nicht der klügste Weg. Und für mich sehe ich die Dinge differenzierter. Wir folgen den USA bei diesen Zöllen in einer Form, die am Ende, und das sagen auch unsere Automobilunternehmer, die an uns am Ende mehr schaden werden. In den USA, glaube ich, gab es 12.000 importierte Elektromobile im letzten Jahr. Irgendeine Zahl kursierte dort. Das ist also ein vollkommen marginaler Bereich. Bei uns spielt die Automobilindustrie und auch für uns die freien Märkte eine ganz, ganz andere Rolle als für die USA. Auch hier haben wir eine asymmetrische Ebene und der asymmetrischen Ebene müssen wir interessenorientiert vor unseren Interessen folgen. Und da ist der Weg, erst Zölle zu verfügen und dann miteinander zu reden, nicht diplomatisch und ist vor allen Dingen auch nicht klug. Ich muss mich an einer Stelle korrigieren. Sie haben das sozusagen ganz elegant getan, ohne mir zu sagen, dass ich irgendwie Quatsch erzählt habe. Aber natürlich ist der IFO-Geschäftsklimaindex im Juni überraschend gesunken. Es gibt also quasi schlechte Nachrichten von der Konjunkturfront und sogar... Herr Kerscher, ich wusste, was Sie meinten. Ach, das ehrt Sie. Vielen, vielen Dank, Herr Elmeier. Es lohnt sich aber an dieser Stelle auch mal ein Blick in die USA. Und zwar insbesondere auf die Arbeitsmarktdaten, die von den Finanzmärkten immer besonders aufmerksam beobachtet werden. Die scheinen in den vergangenen Monaten ja deutlich positiver ausgewiesen worden zu sein, als sie in der Realität waren. Wie kommt das eigentlich? Es hängt damit zusammen, dass man in Amerika, in den Vereinigten Staaten ganz anders die Arbeitsmarktdaten erhebt. Bei uns können wir sie auf einen Job herunterbrechen, weil wir eben perfekt aufgestellt sind, was hier die Bürokratie anbetrifft. Also da ist ich mal vielleicht ganz positiv. In den USA läuft es anders. Da gibt es Umfragen. Es gibt zwei Surveys, ein Household und Establishment Survey, Umfragen. Und dann wird aufgrund der historischen Erfahrungen werden diese Umfragen extrapoliert in die Daten, die die Finanzmärkte generiert bekommen. Einmal im Jahr gibt es dann eine sogenannte Benchmark-Revision, wo die Daten angepasst werden, aber die fällt meistens unter den Tisch. Nun hat die Philadelphia Fed, die Federal Reserve im Bezirk Philadelphia, nicht eine einjährige Revision gemacht, sondern die machen das vierteljährlich seit 2021. Und sie kommen zum Resultat, dass bis zum Ende des vierten Quartals im letzten Jahr zwischen 800.000 bis 1,1 Millionen Jobs zu viel ausgewiesen worden sind. Und dann gibt es doch eine Untersuchung in Chicago von der staatlichen Instanz, die sagte, für das Jahr 2023, weitere Revisionen, weitere Daten sind noch nicht erfasst und bearbeitet. Für das Jahr 2023 liegt die Zahl neugeschaffener Stellen nicht, wie ausgewiesen, bei 117.000 für Kalifornien, sondern lediglich bei 9.000. Anders ausgedrückt, an den Märkten haben wir viel zu positive Arbeitsmarktdaten am Ende diskontiert. Und auch in der Zinspolitik der Fed übrigens berücksichtigt, wo ja immer auf diesem sehr starken Arbeitsmarkt abgehoben worden ist. Und daraus lässt sich aber jetzt den Rückschluss führen. Wir sehen, dass die US-Wirtschaftsdaten zu größten Teilen, insbesondere auch die harten Daten, nicht die Erwartung erfüllen. Wir sehen, dass der Arbeitsmarkt schwächer ist. Was heißt das für die potenzielle Zinspolitik? Das bedeutet, wir bekommen Zinssenkung wahrscheinlich im September die erste und wahrscheinlich eine zweite auch noch in diesem Jahr. Das ist etwas, was wir aus dieser komplexen Situation ableiten können. Heißt das eigentlich für die Zukunft, Herr Hellmer, dass wir mit den US-Arbeitsmarktdaten etwas vorsichtiger umgehen sollten? Dass wir vielleicht nicht so sehr den Fokus auf die US-Arbeitsmarktdaten legen sollten, weil die Wahrscheinlichkeit relativ groß ist, dass sie nicht stimmen? Das sollten wir schon. Aber das sollten wir schon lange. Ich habe in meinem Buch, das 2007 verfasst wurde, Endlich Klartext zu den US-statistischen Daten Stellung genommen und habe dazu auch zur Arbeitsmarktdaten etwas geschrieben. Es gibt noch was, das CES Net Burst Death Model. Da steckt überall sehr viel Kreativität drin und das heißt für echte Profis, für echte Profis, die der Sache verpflichtet sind, dass man mit diesen Daten grundsätzlich vorsichtig umgehen muss. Auf jeden Fall nach diesen Veröffentlichungen jetzt durch die FED Philadelphia und auch durch die Instanz in Kalifornien ist das mehr geboten denn je. Denn the writing, sagt der Engländer, is on the wall. The writing is on the wall. Und selbst der FED-Chef Paul, die Federal Reserve in Washington, hat konstatiert, dass man dort mehr Vorsicht walten lassen will. Und damit kommt es jetzt an, aber man hätte es schon vor, wie viele Jahre, 17 Jahre machen können, wenn man mir gefolgt hat. Fällt mir gerade Vincent Churchill ein, der mal gesagt hat, ich glaube nur der Statistik, die ich selbst gefälscht habe. Wobei die Amerikaner, die haben sie ja nicht gefälscht, sie haben sie vielleicht einfach nur unzureichend erhoben. Elmar, abschließend ganz kurz, die DAX-Börsenampel, die immer im Hellmeyer-Report zu sehen, ist derzeit auf gelb. Gibt es irgendwie eine berechtigte Aussicht darauf, dass sie auf grün springen könnte? Also auf kurze Sicht nicht. Ich sehe jetzt in der Sommerphase hier eine Seitwärtsbewegung mit einem Konsolidierungscharakter. Aber sollten wir wieder erwarten, im Bereich der Geopolitik eine Annäherungspolitik machen, dann verschiebt sich das psychologische Momentum an den internationalen Finanzmärkten deutlich zum Positiven. Und ich wünsche es den Menschen, die vor Ort betroffen sind durch die Konflikte. Und ich wünsche es der Welt, weil Frieden ernährt und Unfriede verzehrt. Sie sprechen ein wahres Wort gelassen aus über die Finanzmärkte. Und etwas Orientierung für die Finanzmärkte hat uns gegeben Volker Hellmeyer, der Chefvolkswirt der Netfond AG. Vielen Dank für diese Einordnung, Helm. Gerne. Vielen Dank für's Zuschauen.